Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich heute mal Besuch und zwar ist das die liebe Luisa von Lu Allure und wir haben jetzt schon ein Video gedreht bei ihr und zwar den Dies oder Das Tag und der ist richtig cool geworden, also schaut unbedingt mal bei ihr vorbei und abonniert sie, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und was wir jetzt hier gerade drehen, ist die Face Swap Challenge Ich bin so gespannt, was da auf uns zukommt Oh ja, ich glaube das wird richtig, richtig, richtig witzig Denn es gibt hier so eine App, mit der wir jetzt gleich unsere Gesichter vertauschen und uns in alle möglichen Gesichter reinmachen und ach, keine Ahnung, schaut einfach zu und dann wünschen wir euch viel Spaß im Video Okay, fang mal an Nein Oh mein Gott, warte, ich hole die Haare so weg Oh mein Gott Hä? Oh mein Gott So sehe ich also mit braunen Haaren aus, ey Hey, mein Gesicht ist so breit Aber mein Mund, warum ist mein Mund so groß? So? Oh mein Gott, oh, blonde Haare Hallo Soll ich mir vielleicht blonde Haare machen? Soll ich mir braune Haare machen? Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus Hä? Aber echt Ich werde es mal mit Beyoncé Oh ja Oh, ich bin... Ah, 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 ah Das war echt Hi, all the single ladies All the single ladies Oh, oh Und jetzt du wieder So put your hands up, 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 up in the club, club Oh, aber... Bin ich das... Ja, ich bin das... Hä? Oh, das kann sich nicht entscheiden Das kann sich nicht entscheiden Oh, hey, das ist... Netz, ich wieder Aha Hä? Du brauchst so kleinere Augen Der hat doch so Mini-Augen Der guckt immer so... Ja Oh mein Gott Weht mich bitte Das sieht... Hä, aber irgendwie sieht das voll vibe... Also, das sieht voll vibe-lich aus, so Aber echt Oh Ich wollte schon immer wissen, wie ich mal als Hund aussehe Sehr schön, das steht dir auf jeden Fall Mhm Guck Hä, wie sind meine Augen so riesig? Hä? Und irgendwie... Oh Oh, oh Hallo Wir sehen aus wie so Sims Wenn man so hässlige Sims machen wollte Mit so riesen Augen Oh Gott Ah, hast du mir zugeswingert Hallo? Hallo? Haha Hahaha 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 Oh Gott Ich bin ein bisschen schüchtern heute Oh Gott Ich lasse mich Was soll ich machen? Wieso nicht? Aber echt, wie du aussehe Hahaha Oh Hahaha Es nimmt überhand Hahaha Ich glaube mit dem kann man sich wirklich den ganzen Tag beschäftigen Hallo Hallo Hübsche Ich will aussehen wie Justin Bieber Justin Bieber? Ja, unbedingt Hahaha Baby, Baby, Baby Oh Ich brauche aber noch so einen Pony Is it too late now to say sorry? Oh Gott Oh die Augenbrauen, du solltest die echt zur Augenbrauen machen Direkt Das steht mir sehr gut, finde ich Und die Nase Oh Sehr hübsch Oh Oh Gott Hahaha Ich kann nicht mehr Ah 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 Ich bin weggebracht Er hat sich selbstständig gemacht Harry Oh das war sowas von klar Styles Nein Nein, ich habe gedacht Harry Potter Achso, nein, Harry Styles Mann Ich habe gedacht, das sieht ja gar nicht so unählich Hahaha Ich bin Harry Oh Ah die Augenbrauen Story of my life Take you home Take you home Oh Oh Hä, das sieht voll gleich aus, wegen den Haaren halt Aber echt Der hat auch so Haare, gell? Ja Ja, nicht ganz so lang, aber schon Ja Das ist verstörend Hä, ich bin, oh Gott, okay, ich bin grad echt Das ist sehr verstörend Oh mein Gott Ja, also kurze Haare ist genau dein, oh mein Gott Oh Ey, ich Hahaha Das ist genau voll klar, weil du halt auch so die Haarfarbe hast Ja, genau mein Style, oder? Ja, direkt Kurze Haare Oh mein Gott Ich, ich weiß grad gar nicht, was ich sagen soll, was ich gesagt Ich habe hier so ein eklig Gesicht drin Hahaha Hahaha Oh mein Gott Oh mein Gott Ey, der Bart da unten Der ist echt hot Der ist echt hot Der ist echt hot Oh Gott, ich bin das Auge Hahaha Jetzt hat der Hund drei Augen Oh Oh nein Och Mann Ich bin gar nicht so hübsch wie der jetzt Die Augen, schau dir mal bitte die Augenbrauen an Kranker Scheiß Die sind ja, die sind ja so groß wie mein Auge Hey, Chuck Bass mit deinen Augen Oh mein Gott, das sieht so creepy aus mit dem Schnurr, oder mit diesem Bartstoppeln Ja Oh Gott, wie so ein Damenbart Oh Gott Ey das Oh Gott, ich kann nie wieder Gossip Girl anschauen Ohne das Gesicht vor Augen zu haben Oh Oh Der fliegt ihm auf, ey Aber die hat ja schon blunder Vielleicht sehe ich dann aus wie sie Also wirklich Okay, eigentlich nicht Hä das sieht ja voll komisch aus Hä das sieht ja voll komisch aus Hä das sieht ja voll komisch aus Hä das sieht aus wie ne Asi Hä das sieht aus wie ne Asi Hä das sieht aus wie ne Asi Ja 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 Schon irgendwie So asiatisch ist sie noch gar nicht Und Oh mein Gott Das sieht so komisch aus Oder wir nehmen wirklich ne Barbie Oh Maren So hübsch Warum hab ich so große Augen Wie seh ich aus Wie witzig Geil Was hab ich Guck mal da ist der Lippenstift Du hast den Lippenstift Was ist das da oben Ich glaub das ist ihre Haarsträhne Achso Oh Ich und blaue Augen Hm Hm Oh Das geht halt schon Bei dir passt das an irgendwie Weil Wegen der Haarfarbe halt Ja das müsste ich dir hier noch im Lippenstift hinhalten Aber echt So witzig Ey das sieht so lustig aus Die Augen Der libt los Der libt los Oh mein Gott Oh mein Gott Hey Barbie Puppen gucken nicht so Oh wunderschön Also das war jetzt mal wirklich witzig muss ich sagen Ich bin irgendwie sprachlos ehrlich gesagt Ich bin grad leicht verwirrt So ein bisschen dramatisiert irgendwie Ja Schaut jetzt auf jeden Fall noch in Luisas Video vorbei Ich verlinke es euch hier und auch noch in der Infobox Überall Und da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen Weil es ist auch sehr sehr cool geworden Und ansonsten würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag Ja Tschüss Tschüss Tschüss